gesagt habt unbekannt unbekannt okay dann das können wir mal lassen wie schaut es damit aus ja dann hätte ich mal gesagt habe da machen wir das mal so das ist unsere letzte mission ist des tages musst du schauen auf den planeten ja ja passt dann machen wir das so letzte mission des tages schauen wir vorbei schauen wir was wir machen können und let's go der wilde hase vielleicht hätten wir sogar noch irgendwas einkaufen die wahrscheinlichkeit dass jemand wie du ins lios tresurraum gelangt beträgt 10.807 zu 1 warum hast du es überhaupt versucht tja vorwohl niemand kommt für nix und mich auf also müssen wir uns holen was wir wollen und was genau ist das ich will nicht so enden wie hoss das muss doch gerade du verstehen die galaxie macht es leuten wir uns nicht leicht wenn wir überleben wollen müssen wir alles riskieren dann willst du auf der flucht leben für immer nein ich weiß nicht aber es ist besser als zu sterben oder verstehe nicht das ist besser ich bin aber nicht für das beraten ich bin aber nur durch ich bin nur durchgefahren ohne hier Irgendwas ohne nix. Gehen gleich alle auf mir los. Stepperdreffs rein, dann werden wir nach A nach B nach vorne. Anscheinend überhaupt nimmer. Let's go! Wow, heutzutage täffs da wirklich gar nix mehr machen rein. Ich glaub, da hätte ich vielleicht abbiegen sollen. Ah, warte mal, warte mal noch ab, warte mal noch ab. Vielleicht kann ich auch da so ne kleine Runde fahren. Oh, was haben wir denn da wieder schönes? Ja, schauen wir mal vorbei. Wow, f***. Wenn ich schon da bin, let's go. Ah, schau. Ja, das, ja, ich glaub das wieder was. Mach mal, Digi, mach mal. Schießt endlich. Mach dich. Die selbe Tattoo hier. Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ich muss nur schauen, dass ich das eine, was ich halt unbedingt hab als Herausforderung, dass ich das auch noch abschließe. Oh, oh, warte, 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 warte. Oh, oh, warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte ist. Ich glaub's fast nicht. Nee, das ist ja nicht die letzte. Na gut, nix, hol sie dir. Aber den hol ich mir jetzt. Aber den hol ich mir jetzt. Nohohohoho. Voll in die Weichteile. Bist du teppert. Holy moly, alter. Voll in die Muschel, alter. Boah, muss das wehtun. Bist du teppert. Ist da oben... Ey, na sicher ist da oben einer. Bleib ruhig. Gipfeln, es geh mal um. Ich muss noch ganz kurz ein Headset, das teppert hier rum. So, drei Hoverer haben wir. Das kann lustig werden. Könnte eigentlich... Ja... Ja, dann machen wir's jetzt so. Wenn's geht. Wie... Wieso geht das jetzt nicht? Alter, wieso ging das jetzt nicht? Oder? Ist mir gerade noch eben erst angezeigt worden. Ist mir gerade noch eben angezeigt worden, dass ich das machen kann? Plötzlich, das geht nicht mehr. Alles gern. Äh... Ich war mal jetzt ein bisschen munsig, ob das irgendjemand mitkriegt. So. Mehrfach. Wichtig. Oh, er hat doppelt gezählt. Ja, das war wenigstens was. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, fürs nächste Mal. Wichtig. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. So. Wir müssen mal schauen, dass wir da jetzt mal auch kurz reingehen. Passt. Wir tun mal das Hecken in der Uhr. Auf Schickmiertlich. Schauen wir sich das einmal an. Und dann werden wir eh herausfinden, was wir machen müssen. Ich hätte einmal gesagt, wir machen mal unsere drei Standardsachen. So gut wie es geht. Tester, 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 Tester. Segeln wir. Oh. Aufköffs. Ui. Au. Oh, ja. Ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht zu uns wieder. Haha. Let's go, Craddings. Wir beginnen wir mit Standards. Wir machen mal den hier. Oh! Das schaut dabei sehr sehr schlecht aus! Miese! okay so dann machen wir das einmal so einmal löschen einmal den hier einmal den hier knapp was willst du von mir mit einem hunderte oder lock ich ihn aus oder vorgegen ob er die partie ist oder das ist aber nicht ab oder nur als grainer und das ist wirklich ein forscher 100er ist ein forscher meinung 100er ist fixer forscher Opa! Opa! Ne, jetzt bin ich aber auch gespannt, dass wir da jetzt schon wieder sammeln müssen. Ah, das kann einmal wieder was werden. Der Viecher ist wieder mal nicht. Das ist aber auch nicht gut. Okay, wenn es eh jetzt schon so weit gekommen ist, dann ist eh schon wuscht. Einmal, zweimal, dreimal, also ich kann eh nicht nur mehr matieren. Nach einer Biestenz ist eh schon scheiße geil. Wenn sie sich schon entdeckt haben, haben sie sich schon entdeckt. Ist schon wuscht. Ich bin schon bereit. 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 Stamper, Alter. Den habe ich jetzt auch. Bist du gegeben, Alter. Einmal linker und einmal rechter und du nicht nass spießt. Oh, was köstlich. Einfach wieder aus dem Gebiet fliehen? Ja, schaut gut aus. Ich gönne mir aber noch ganz kurz. Wir haben doch noch ein paar Sachen herumliegen. Da muss man sich gönnen. Passt. Schaut gut aus. Dann dürfen wir weiter. Da sind wir. Ja. Sicher, sicher. Weißt du ja, sicher, 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 sicher. Schaust dir da mal ein bisschen. Okay. Interessant abmachen. Und jetzt ist ich auch ein fetter Arsch mit der Abmachung. Ich kann gleich fighten, Alter, für die depperte Abmachung. Aber passt schon. Du musst nicht. Oder ist jetzt zufried, Alter, und geht auf mich los? Was wollt ihr von mir? Und tschüss. Und der nächste Wappler. Perfekt. Na gut. Na dann, Leute. Würde ich mal sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.